Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch meine persönlichen Top 7 iOS 7 Jaybreak Tweaks vorstellen. Viel Spaß! Es ist jetzt ungefähr ein Monat her, dass der iOS 7 Jaybreak rausgekommen ist und ich auch auf diesem Kanal hier ein Tutorial gemacht habe, wie man denn diesen Jaybreak durchführt. Wer das übrigens nicht gesehen hat, unten in der Videobeschreibung ist auf jeden Fall nochmal der Link zu diesem Video und in dem Video hatte ich versprochen, dass ich irgendwann mal meine Top iOS 7 Jaybreak Tweaks vorstellen werde, weil ein Jaybreak alleine bringt einem nichts, wenn man keine coolen Tweaks hat. Als der Jaybreak ganz neu draußen war, gab es so gut wie keine Tweaks für iOS 7, deswegen war das alles auch noch ein bisschen langweilig, aber mittlerweile bin ich zu der Meinung übergegangen, dass der Jaybreak sich lohnt, weil es wirklich eine Menge coole Software mittlerweile gibt und die möchte ich euch einfach mal in diesem Video in Form einer Top 7 Liste vorstellen. Vorab möchte ich noch kurz sagen, in dieser Liste werden sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Programme bzw. Tweaks drin sein, weil ich das dann auch immer wieder gefragt werde, man kann da bezahlen über Amazon oder über Paypal. Wer nichts bezahlen will, es ist ein Jaybreak, das heißt es gibt auch verschiedene Wege, wie man Sachen kostenlos bekommen kann, die eigentlich was kosten, aber dazu möchte ich euch gar nicht anstiften, denn die Entwickler haben ja ihr Geld verdient. Aber nur, damit ihr wisst, es gibt Möglichkeiten. So, fangen wir an. Platz Nummer 7, Swipe Selection. Jeder kennt das irgendwie, ihr seid irgendwo im System, wo ihr Text eingeben wollt und es ist ganz schön fummelig mit dieser Lupe hier euren Cursor zu platzieren, die standardmäßig bei iOS dabei ist. Swipe Selection, was ein kostenloser Jaybreak Tweak ist, schafft da ein bisschen Abhilfe, indem ihr einfach über eure Tastatur streichen könnt, um den Cursor nach links und rechts zu bewegen, was um einiges einfacher ist. Wenn ihr von der Shift-Taste aus bewegt, könnt ihr auch Textstellen kopieren oder wenn ihr von der Löschen-Taste ausgeht, könnt ihr in die andere Richtung kopieren. Also ihr seht, da sind wirklich eine Menge Möglichkeiten drin und es erleichtert einem den Tippen-Workflow extrem. Wie gesagt, Swipe Selection kostenlos, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Platz Nummer 6, Color Flow. Das hier ist wirklich ziemlich genial, das ist so eine Art Theme für die Musik-App, kostet zwar leider 2 Dollar, ist es aber meiner Meinung nach auf jeden Fall wert, denn ihr kennt ja sicherlich die Sie-Hören-Seite in der iOS 7 Musik-App. Ziemlich weiß, ziemlich langweilig, ändert sich nicht und mit Color Flow passt sich diese Seite immer ganz automatisch, ohne dass ihr irgendwas einstellen müsst, dem Cover an von dem Lied, was ihr gerade hört. Ich kann ja hier einfach mal auf ein Lied drauf gehen und da sollte das schon relativ deutlich werden, wie das hier funktioniert oder hier bei dem Lied. Ihr seht, die ganzen Farben vom gesamten Bildschirm passen sich einfach komplett dem Cover an und das kann hier zum Beispiel bei den Black Eyed Peas richtig geil aussehen, alles in diesem Grün oder wenn ich hier mal weitergehe, dieses Gelb-Blau wird einfach übernommen und es funktioniert vollkommen automatisch. Hier das Rot ist einfach großartig, finde ich, bringt richtig viel Style. Ich meine, wenn ihr lila Wolken mit einem komplett lila Player anhören könnt, ist schon ganz schön cool. Platz Nummer 5, Switch Spring. Dieser Tweak ist einer der Tweaks, die zwar ganz am Anfang schon rausgekommen sind, aber sich seitdem einfach in der Top-Favoritenliste von meinen Tweaks gehalten haben, weil es einfach ein so großartiger Tweak ist. Sehr simpel, aber sehr großartig, denn ihr kennt ja zum Beispiel hier alle diesen App-Switcher. Da sind alle offenen Apps drin und man kann hier auch einzelne Apps schließen, indem man die so nach oben raus slidet. Aber was ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr alle Apps gleichzeitig löschen wollt? Mit Switch Spring ist das überhaupt kein Problem. Ihr slidet hier diese Home-Screen-Karte nach oben und könnt hier einfach auf Quit-Apps drücken und schon werden alle Apps beendet. Was ihr auch machen könnt, ist das Ganze nach oben sliden und dann auf Restart drücken und dann wird euer Gerät neu gestartet, was natürlich auch praktisch sein kann. Oder ihr könnt es einfach auf Cancel abbrechen. Und da das Ganze kostenlos ist, sehe ich keinen Grund, warum man das auf einem gejailbreakten Device nicht installiert haben sollte. So, Platz Nummer 4, BioProtect. Das hier ist jetzt ein Tweak, der ist ganz besonders geil für iPhone 5s Nutzer, funktioniert aber auch für alle anderen Leute. Und zwar könnt ihr mit BioProtect eure Apps schützen, entweder mit einem Passwort oder mit eurem Fingerabdruck. Ich mache das jetzt einfach mal vor, hier mit der Nachrichten-App, da habe ich das Ganze eingestellt. Wenn ich die öffnen will, fragt BioProtect nach meinem Fingerabdruck. Ich gebe meinen Fingerabdruck her und schon bin ich in der Nachrichten-App drin. So können Leute, die eben nicht ich sind, zum Beispiel irgendein Freund, dem ich mein Handy gebe zum Spielen oder so, nicht meine Nachrichten lesen, ohne dass ich denen das vorher erst erlaube. Wie gesagt, man kann auch einfach ein Passwort einrichten, wenn es einem entweder mit Fingerabdruck zu doof ist oder man halt einfach kein iPhone 5s hat. Und es gibt noch eine Menge andere Sachen, die man hier in den Einstellungen einstellen kann. Also es ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Sehr cool finde ich zum Beispiel auch noch die Remember Unlock Session Funktion. Die erlaubt es einem, wenn man einmal das Gerät entsperrt hat, ständig die App wieder zu öffnen, ohne das Passwort neu eingeben zu müssen. Aber sobald man einmal gelockt hat, so, fragt er wieder nach dem Fingerabdruck. Also es ist wirklich sehr gut durchdacht, sehr gut programmiert auch und einfach mega praktisch. Und deswegen auch meiner Meinung nach die 3 Dollar auf jeden Fall wert. Platz Nummer 3, GPS Phone. Dieses Programm hier ist, das lässt sich anders gar nicht sagen, ein absoluter All-Time-Favorite von mir. Denn jedes Mal in den letzten Jahren, wo ich ein iPhone, ein iPhone, naja, ein iPad, ein iPod Touch, ganz egal was, gejay-braked hab, ist dieses Programm auf dem Homescreen gelandet. Und zwar GPS Phone ist ein Gameboy Advance Emulator, der es euch erlaubt, alte Gameboy-Spiele auf eurem iPhone zu spielen. Das heißt Mario, Pokémon, alles was ihr euch nur wünschen könnt, direkt auf eurem iPhone. Und das ist natürlich mega geil und da kommen Erinnerungen hoch. Ich hoffe jetzt nur einfach mal, das Spiel lädt hier. Dauert nämlich manchmal ein kleines bisschen. Da haben wir's. Ja, ihr merkt schon, ich bin vollkommen begeistert. Aber diese ganzen Spiele wie Pokémon und so weiter sind einfach so großartig. Und dass man die dann auch unterwegs zocken kann, ist einfach wunderschön. Weil Nintendo wird ja diese Spiele niemals auf iOS bringen, weil sie ja selber ihre Konsolen herstellen. Und dann mit diesem Gameboy-Emulator die Möglichkeit zu haben, die trotzdem zu spielen. Ha, liebe ich einfach. Sehr großartig. GPS Phone, unbedingt runterladen. Platz Nummer 2. Controllers for All. Dieser Tweak hier hat auch was mit Gaming zu tun. Ist aber leider nicht kostenlos, sondern kostet zwei ganze Dollar. Ist es aber auf jeden Fall wert. Weil dieser Tweak ist ein absoluter Game-Changer. Seit iOS 7 gibt's nämlich in iOS eine ganz offizielle Unterstützung für externe Controller, die fürs iPhone designt wurden. Und deswegen haben auch viele iPhone-Apps und Spiele mittlerweile eine integrierte Controller-Unterstützung. Nur blöd ist, dass diese ganzen Controller, die es mittlerweile gibt, alle scheiße sind. Was für ein Controller ist nicht scheiße? Der hier. Sony Playstation 3. Kennt ihr wahrscheinlich. Habt ihr alles schon mal in der Hand gehabt. Oder vielleicht sogar auch einfach zu Hause rumliegen. Und mit Controllers for All könnt ihr euren Playstation 3 Controller ganz einfach verbinden mit eurem iPhone. Und dann damit Spiele wie GTA San Andreas spielen. Ich versuche mal das hier vorzumachen. Ich hoffe es klappt jetzt hier. Disconnect Controller. Cancel. Nein. Connected. Ja. Es gibt es. So. Und ich versuche das einfach mal jetzt hier mit zwei Händen gescheit zu demonstrieren. Ihr seht, ich kann hier nach links und rechts gehen. Ich kann einfach mal hier. Düm. Ba da bam. GTA San Andreas starten. Und dann jetzt gleich mit diesem Controller das Spiel spielen. Am iPad macht es natürlich noch viel mehr Sinn als am iPhone. Warte mal. Ja. So. Ihr seht es. Ich fahre dieses Auto mit meinem Controller. Ist ein bisschen fummelig jetzt hier. Ich hoffe ihr könnt überhaupt irgendwas erkennen. Aber ich kann jetzt hier rumlaufen. Leute schlagen. All das machen. Einfach mit einem Playstation 3 Controller. Und das ist natürlich einfach super geil. Weil so das Gaming unter iOS nochmal richtig nice wird. Also zwei Dollar sind gut investiert in Controllers for all. Wenn ihr sowieso einen Playstation 3 Controller zu Hause rumliegen habt. Platz Nummer eins. No Slow Animations. Okay. Hört mir zu. Das hier ist wirklich so simpel. So einfach. Aber so perfekt. Wenn ihr ein iPhone 5s habt oder ein iPad Air oder was weiß ich. Dann wisst ihr. Diese Geräte in euren Händen sind mega schnell. Die Prozessoren die da heutzutage verbaut sind. Der A7. Es ist abartig wie viel Power der hat. Ich habe das glaube ich schon mal in einem Video gesagt. Dieses iPhone in meiner Hand hat mehr Rechenpower als mein altes MacBook Pro von 2009. Und das ist unfassbar. Und dann nicht diese Power ausnutzen zu können ist unfassbar scheiße. Und genau das macht iOS 7 standardmäßig. Ihr kennt es sicherlich. Ihr öffnet eine App und es dauert zehn Jahre bis sie offen ist. Ihr schließt sie. Es dauert wieder unfassbar lang. Ihr öffnet die nächste App. Diese Animationen hier sind so scheißen langsam. Dass ihr das Gefühl habt als hättet ihr ein Gerät von 2001 in der Hand oder so. Und das ist einfach extrem nervig. Weil man ja die Rechenpower hat. Und um diesem Problem aus dem Weg zu gehen gibt es No Slow Animations. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt hier einen Slider. Und zwar ganz rechts ist der normale iOS Speed. Und ganz links ist sofort. Das heißt ich stelle es jetzt hier mal auf links. Drücke auf Home und BAM. Ihr seid ohne langweilige, ewig lang dauernde Animationen direkt auf dem Homescreen. BAM. Ich drücke auf eine App. Ich bin sofort wieder drin. Und ihr könnt es halt stufenlos einstellen. Das heißt wenn ihr die Animation noch haben wollt. Aber sie schnell haben wollt. Stellt ihr den Slider einfach hier hin so. Und BAM. Alles fühlt sich so viel schneller. So viel Snap hier an. Und ihr habt wirklich das Gefühl. Boah. Ich habe hier das neueste Handy von allen. Was ihr auch habt. In den Händen. Und euer Gerät wird sich anfühlen wie nagelneu. Es ist großartig. Also No Slow Animations ist sogar kostenlos. Wer das nicht installiert auf seinem J-Broken Gerät. Was ist falsch mit euch. Das war es jetzt aber mit meiner persönlichen Top 7 iOS 7 J-Break Tweaks Liste. Ich hoffe dieses Video hat euch einen kleinen Einblick darin gegeben. Was man so alles mit dem J-Break anstellen kann. Und euch vielleicht auch überzeugt selber zu J-Breaken. Wie gesagt mein Tutorial ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und dann könnt ihr den J-Break auf eigene Gefahr durchführen. Nachdem ihr auf jeden Fall ein Backup gemacht habt. Weil ihr wisst es kann einiges dabei schief gehen. So. Ich will jetzt an dieser Stelle noch gerne von euch wissen. Erstens habt ihr selber einen J-Break installiert. Und wenn ja. Zweitens. Was sind eure persönlichen Lieblings-J-Break Tweaks. Vielleicht ist ja einiges dabei was ich selber noch nicht gekannt habe. Also ich bin froh wenn ihr da einfach mal in den Kommentaren ein paar Beispiele oder ein paar Vorschläge für persönliche Top Tweaks da lasst. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei euch beim Zuschauen für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst was zu tun ist. Und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin.